Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Topspiel. Morgen Abend um 18.30 Uhr geht es für unsere Eintracht in den Borussia-Park zur Borussia aus Mönchengladbach. Hallo Oliver, hallo an euch. Ja, Oliver, mit welchem Gefühl reisen wir denn am Nachmittag nach NRW? Ja, hallo euch allen. Ja, mit einem guten Gefühl natürlich. Wir sind in einer guten Form, haben einen sehr beeindruckenden 5-1-Sieg gegen Leverkusen in der Liga hinter uns und haben auch gute Erinnerungen an den Borussia-Park aus der letzten Saison, wo wir gewinnen konnten. Und deswegen die Spieler auch. Also wir haben, was jetzt das Personal angeht, sind bis auf unsere, die jetzt schon länger verletzt sind oder ausfallen. Aurelio Buter, Makoto Hasebe und Ansgar Knauf sind alle anderen Spieler fit. Und deswegen fahren wir mit einem sehr guten Gefühl nach Gladbach. Wenn man sich die letzten Ergebnisse unseres Gegners anschaut, wird man kaum schlau aus der Borussia. Starkes Team, aber ein bisschen verrückte Ergebnisse teilweise. Was erwartest du oder wie erwartest du die Borussia morgen gegen uns? Ja, Borussia ist eine sehr gute Mannschaft, sehr spielstark, sehr offensiv stark. Da vorne Thüram, Stindl, Plea. Hofmann hat sich jetzt leider verletzt, aber Goumou, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, sehr viel, sehr viel Tempo. Wir haben auch noch Julian Weigl dazubekommen, sehr erfahrener Spieler im Mittelfeld. Also von dem her ist das eine sehr gute Mannschaft, auch jetzt mit Fahke als neuen Trainer, einen spielerischen Ansatz, versuchen sehr viel spielerisch zu lösen. Und dann aber auch oft mit Ein-Kontakt-Kombinationen über Ablegen und dann Tiefgang. Ja, da haben sie schon sehr, sehr viel Qualität, haben in jedem Spiel glasklare Torchancen. Und auch wenn sie die Spiele verloren haben, wie jetzt in Darmstadt, wo sie den Elfmeter bei 1-1 bekommen müssen, dann sieht man wieder, wie gut der Widerschiedsrichter doch sein kann. Wir beschweren uns immer nur darüber, wenn er mal was vielleicht nicht korrigiert. Und dann hat man im Pokal gesehen, wenn er nicht da ist, ist es plötzlich schon ungewohnt, auch für die Schiedsrichter. Und auch wo sie in Bremen so deutlich verloren haben, wo sie die Anfangsphase einfach verschlafen haben, hatten sie viele glasklare Torchancen. Und deswegen ist es eine Mannschaft, die über viel Power, viel Qualität in der Offensive verfügt, die aber auch zuletzt immer relativ viele Gegentore bekommen hat. Und deswegen denke ich, dass es morgen ein ziemlich offenes Spiel wird, wo beide Mannschaften nach vorne spielen werden. Und wenn es dann wieder 3-2 für uns ausgeht wie letztes Mal, waren wir glücklich nach Hause. Dankeschön, Oliver. Dann starten wir mit euren Fragen und mit Peppi Schmidt vom Wiesbadener Kurier. In diesen Wochen, Herr Glasner, blickt man immer schon ein bisschen aufs nächste Spiel. Ich weiß nicht, ob Sie das auch machen. Also sprich, würden Sie Smolcic, weil der ja, denke ich mal, am Mittwoch dringend gebraucht wird, auch morgen schon einsetzen, um ihm nochmal mehr Praxis zu geben? Oder ist das kein Kriterium? Nein, das ist kein Kriterium. Es sind keine Testspiele jetzt, um etwas zu testen. Es sind jetzt ganz wichtige Spiele in der Liga mit Gladbach und Dortmund, die nächsten beiden. Und in der Champions League mit Marseille und Lissabon. Und jetzt irgendetwas zu testen fürs nächste Spiel, das machen wir nicht. Weil was ist denn, wenn er sich dann verletzt, dann steht er gar nicht zur Verfügung. Also von dem her, wir werden jedes Spiel versuchen, oder nicht versuchen, wir werden jedes Spiel die bestmögliche Mannschaft aufstellen, die uns zur Verfügung steht. Natürlich, und das haben wir ja schon die letzten Wochen auch gemacht, immer wieder so, so Mini-Rotationen, ja, mal Mario Götze eine Pause gegeben, mal ein Daji Kamada eine Pause gegeben, mal ein Seppel Rode eine Pause gegeben, mal ein Jibiso, mal ein Jesper Lindström, jetzt Ewan und Dika. Tutor bekommen sie aufgrund seiner roten Karte wieder gegen Marseille fehlen. Und so haben wir uns eigentlich schon die letzten Wochen, ohne jedes Mal sechs Spiele auf einmal wechseln zu müssen, in eine Rotation begeben. Und deswegen, oder ist sicherlich auch einer der Gründe, warum wir jetzt personell ganz gut dastehen. Philipp Hofmeister vom Hessischen Rundfunk. Herr Glasner, Sie haben das Pokalspiel in Darmstadt von Gladbach schon angesprochen am Dienstag. Ich durfte auch da sein und das war wirklich ein toller Fußballabend aus hessischer Sicht vor allem. Sie haben den Elfmeter, den ich gegeben habe, schon angesprochen, die Verletzungen. Ich war fast ein bisschen erstaunt, dass die Gladbacher mit dieser Kombination aus Intensität und Mut und Leidenschaft, die die Lilien gezeigt haben, anfangs fast ein bisschen überfordert waren. Was waren Ihre Eindrücke? Welche Erkenntnisse haben Sie von den Gladbachern aus diesem Spiel bekommen? Ja, wir haben sie am Rückweg aus Stuttgart angeschaut im Bus. Und ja, es war dann halt natürlich erstmal Darmstadt sehr viel Qualität. Sie sind letzte Saison ganz knapp nicht in die Relegation gekommen. Und dieses Jahr stehen sie an der Spitze der zweiten Liga. Und dann auch Pokalspiel, volles Haus. Also es ist jetzt nicht so, dass dann egal welcher Bundesligist dorthin gefahren wäre, der sagt so, dann spielen wir mal mit halber Kraft und wir gehen als Sieger nach Hause. Sondern das war dann, egal für jeden Gegner wäre das ein ganz schwieriges Spiel gewesen. Und so war es auch für Gladbach. Und ja, natürlich mit dieser Emotion, mit dieser Leidenschaft von Darmstadt hatten sie anfangs Probleme, obwohl ich finde, danach haben sie das Spiel immer besser in den Griff bekommen. Und hatten halt dann einen Ballverlust, der ihnen das Spiel gekostet hat. Aber es war jetzt nicht so, dass das vielleicht typisch für Gladbach an diesem Tag gewesen wäre. Ja, wie gesagt, ich denke, es wäre für uns ein schwieriges Spiel gewesen dort und für jeden anderen Bundesligisten auch, weil es Darmstadt einfach sehr gut macht. Und Pokal, wie gesagt, volles Stadion, Heimspiel, ist dann immer nicht ganz so einfach. Ulrika Sickenberger von der BILD. Herr Glasner, der Christian Jagic ist so ein bisschen ein Phänomen, irgendwie Mittelfeld, rechter Verteidiger, jetzt inzwischen Libero. Wie froh sind Sie, dass Sie so einen Alleskönner oder Multitalent in der Mannschaft haben? Ich bin sehr froh. Aber wir haben mehrere Multitalente, weil zum Beispiel Chris Lenz hat im Euroleague-Finale auf Evan Dickers Position gespielt. Und Junior El Bimbe spielt jetzt rechts draußen. Er ist auch ein Multitalent, weil er auch schon die dritte Position spielt. Aber wichtig ist, dass die Spieler das immer annehmen, dass sie offen sind für die Aufgaben und dann auch wissen, was sie in dieser Position zu tun haben, das ist immer ganz wichtig. Und Christian macht das sehr unaufgeregt, aber auch hier das erwähnt. Und deswegen überrascht es mich nicht. Ich denke, dass diese Position sogar etwas näher an seiner angestammten Position ist wie die Rechtsverteidiger. Nämlich er ist ja nur ein paar Meter zurückgerutscht und hat dann das Spiel noch mehr vor sich und macht es vielleicht sogar auch ein bisschen einfacher für ihn in Ballbesitz. Und deswegen bin ich natürlich froh, dass wir ihn haben und dass er auch so offen ist und war, sich auf jede Position einzustellen. Moritz Kreidinger vom Kicker. Herr Klaassen, ich glaube, wir haben uns alle nach dem Spiel gegen Leverkusen noch das ein oder andere Mal das Tor von Jasper Lindström angeschaut und uns gefragt, wie er das eigentlich gemacht hat in vollem Lauf, den da so sauber drüber zu lupfen. Wie bewerten Sie aktuell generell die Entwicklung von Jasper, der ja auch jetzt in der Champions League sein Tor gemacht hat, sich auch dort schnell auf dieses höhere Niveau angepasst hat? Und ja, wo steht er aktuell? Häufig in der Startelf. Ja, er hat natürlich einen Sprung ab das letzte Saison, amüsant gesagt, vom Fehleinkauf zum Rookie of the Year. Das war seine Entwicklung im letzten Jahr und macht halt jetzt da weiter. Ich sehe natürlich viele Qualitäten, die er hat, aber ich sehe auch noch einige Themen, die er hat. Das sehen wir speziell auch in den internationalen Spielen, wenn es sehr körperlich wird. Beispiel Tottenham, wo er dann im Infight immer wieder auch Probleme hat und zu einfach die Bälle verliert. Und da ist das Körpergewicht immer nur zweitrangig, sondern geht auch darum, wie geschickt du dich da verhältst. Das sind natürlich noch Aufgaben, die er hat, um sich entweder diesen Situationen noch besser zu entziehen oder wenn er in die kommt, und die kommt auch zwangsläufig, dann einfach sich besser zu behaupten. Aber natürlich hat er einen großen Schritt gemacht in diesem bisschen über ein Jahr, seit er hier ist. Aber ich sehe auch noch ganz viel Potenzial bei ihm. Aber er ist absolut am richtigen Weg und freut mich, dass er auch er, und das ist ja immer die Basis, dass du dich weiterentwickelst, zu offen war für Tipps und Ratschläge aus dem gesamten Team. Und auch, damit meine ich nicht nur Trainerteam, sondern auch von den Spielern. Und deswegen hat er eine positive Entwicklung genommen. Christopher Michel von Sport1. Herr Klaas, sehr auffällig ist bei der Eintracht die Torgefahr auch, sag ich mal, nicht nur vom Sturm ausgehend, sondern auch gerade von ihrer Mittelfeldzentrale. Götze, Soho, Rode und Kamada haben zusammen schon elf Tore und auch viele Assist geschossen. Haben Sie da so eine optimale Mischung gefunden, erstens untereinander und zweitens, dass es eben auch gelingt, den schnellen Jesper Lindström und Kolumuani einzusetzen, einfach mit diesem Vierer-Paket? Wobei meistens nur drei Spielen davon. Ja, aber das ist ja, was ich sage, es geht darum, die Aufgaben in der Position zu erledigen. Und dann ist es ja zwangsläufig so, dass unsere, wie nennen sie Sechser, eigentlich sind sie ja keine Sechser, aber dann sind sie immer wieder in Abschlusssituationen kommen, wenn sie dementsprechend gut nachrücken. Dass wir, Mario, hat ja eigentlich die gleiche Position wie Jesper Lindström in unserem System, nur fühlt er sich halt ein bisschen anders aus. Und diese Unterschiedlichkeit tut uns einfach gut. Und, ja, Daichi spielt, wie gesagt, auch entweder auf eine dieser beiden Positionen und im Endeffekt erfüllen sie ihre Aufgaben und kommen in diese Situationen und, ja, haben die Dinge auch rein derzeit. Ingo Dusterwitz von der Frankfurter Rundschau. Klar, es ist ja lustigerweise, wäre das auch mal eine Frage gewesen, wenn man jetzt nimmt Lindström, Götze, Kamada, Soho, Rode, die ja im Grunde immer spielen oder von denen auch jeder immer spielen kann, muss ja einer immer draußen bleiben irgendwie. Wie ist denn da Ihr Prozess oder wie gehen Sie denn da vor? Gucken Sie, was passt am besten auf den Gegner oder wie ist da Ihr Findungsprozess? Zum Glück haben wir so viele Spiele, dass die Spieler manchmal ganz froh sind, wenn sie mal eine Pause bekommen, wie jetzt Daichi im Pokal. Und, ja, wir schauen einfach immer, in welchem Zustand sie sind, wie geht es ihnen, Versuche, dass Gibi und Jesper sind so die Ausnahme, aber bei den anderen in der Regel keiner mehr wie drei Spiele hintereinander bestreitet über die volle Distanz. Also da schauen wir uns auch die Einsatzminuten an und, ja, auch was passt. Eben bei Sebastian müssen wir sowieso auch immer wieder seinen Fitness- und Gesundheitszustand berücksichtigen und, ja, danach entscheiden wir und spreche dann immer mit den Spielern ganz kurz, teile ihnen das mit und dann ist das auch erledigt. Christopher Michel. Kommen wir nochmal zum Gegner. Sie haben schon den Namen Markus Zuram angesprochen, der, sag ich mal, aus einer schwierigen Saison jetzt kam und unter Daniel Fark aufgeblühte sieben Tore erzielt hat. Was macht diesen Stürmer aus und wie will man den stoppen? Ja, er bringt halt sehr viel mit, er bringt Größe mit, er bringt Speed mit, er bringt Robustheit mit, er hat eine gute Abschlussqualität, er war ja im ersten Jahr sehr erfolgreich und, ja, ich glaube, danach hat er sich verletzt, er war ja irgendwie im Raum, dass er um, weiß ich nicht, einen hohen zweistelligen oder mittleren zweistelligen Millionenbetrag wechseln soll und danach hat er halt, ja, nicht so in die Form gefunden, weiß ich nicht warum, da bin ich zu weit weg und diese Saison zeigt er halt wieder seine Qualitäten, die er schon im ersten Jahr bei Gladbach gezeigt hat. Ich glaube, ich war ja unter Marco Rose, wo sie sich für die Champions League qualifiziert haben, also von dem her bringt er jetzt halt seine Qualität wieder auf den Platz, die er hat. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber wenn er das macht, ist er natürlich einer der besten Stürmer in der Bundesliga. Und wieder Hofmeister. Aber Entschuldige, wie wir ihn stoppen wollen, das ist ein Patrick Schick auch, da ist es uns gut gelungen und dann geht es wieder darum, auch zu versuchen, möglichst schon die Anspiele zu verhindern, ihn gar nicht in diesen Infight kommen zu lassen, weil er einfach da das sehr gut macht, immer eins gegen eins, sondern immer wieder schon die Anspiele unterbinden und dann halt, wenn es ins Duell geht, diese für uns zu entscheiden. Es ist ja schon eine verrückte Bundesliga-Saison, wenn wir uns das mal angucken. Union, Spitzenreiter, vier Punkte Vorsprung auf Bayern, Dortmund 8er, Leipzig 10er, Leverkusen 16er. Wie viel Spaß haben Sie auch als Eintracht-Trainer an dieser etwas durchgemischten Bundesliga in dieser Phase? Ist ja doch ein bisschen anders als die letzten Jahre. Ja, wobei, es ist mir ziemlich egal, was die anderen machen. Wir haben selber so viele Spiele, so viele Themen, da sind wir beschäftigt genug. Und ich denke auch da, Union wird immer so als zufällig dargestellt. Ich glaube, wir sind jetzt, ich weiß nicht, damals als wir gespielt haben, waren die 14 Bundesliga-Spiele umgeschlagen. Dann waren wir die Ersten und seitdem haben sie wieder nicht verloren. Also ich weiß es jetzt nicht, aber es sind jetzt dann 17, 18, 19, 20 Spiele, wo sie eins verloren haben. Das ist mehr wie eine gesamte Hinrunde. Das ist kein Zufall, dass die jetzt da vorne stehen. Und das sollte man dann nicht als Zufall und Glück abtun, sondern es ist einfach unglaublich gute Arbeit und Qualität dahinter. Und ja, bei den anderen Mannschaften, warum das so ist, weiß ich nicht. Wir sind froh, dass wir mittendrin sind in diesem Pulk. Lassen uns jetzt aber auch vom fünften Platz nicht blenden, weil zwei Punkte weniger und du bist Elfter. Also es geht ganz, ganz schnell. Es scheint ziemlich ausgeglichen zu sein. Deswegen auch diese vielen Mannschaften, die, ich glaube, auf drei, vier Punkte beisammen sind. Und für uns ist jetzt, oder für mich ist überhaupt nicht wichtig, auf welchem Platz wir stehen. Wir freuen uns über 17 Punkte nach zehn Spieltagen. Also wenn wir so diesen 1,7er-Schnitt halten bis zum Ende, ich habe es mir jetzt nicht ausgerechnet, aber dann kommen wir auf einen ganz ordentlichen Endpunkt und damit könnte ich ganz gut leben. Peppi Schmidt. Sie haben gesagt, alle, also außer den länger Verletzten, könnten spielen. Wie weit ist denn Thore zum Beispiel? Ist das schon eine ernsthafte Alternative? Und die nächste Frage, wir alle kennen ja aus der Erfahrung, dass bei Makoto Hasebe es auch immer etwas schneller geht, als man befürchtet. In diesem Fall nicht. In diesem Fall nicht. Okay, das war die Frage. Ja, und bei Alma ist es halt schwierige und ich muss auch sagen, wir haben nicht die perfekte Lösung. Alma ist jetzt neun Wochen raus, hat sich bei Hertha Berlin ja verletzt. Und wir haben ganz, ganz wenige ordentliche Mannschaftstraining, die wir ihm, Fußballtraining, die wir ihm anbieten können, um zurückzufinden in eine gute Form des Fußballs. Und jetzt bin ich wieder zu sagen, okay, wir geben ihm, um in Form zu kommen, eine halbe Stunde gegen Gladbach. Es ist kein Testspiel, es ist ein Bundesligaspiel, wo es um ganz viel geht. Und diesen Drahtseilakte müssen wir und ich glaube auch viele andere Mannschaften gerade bewältigen. Und jetzt hätte er dann, weil er ja nicht nominiert ist für die Champions League, weil wir eigentlich dachten, er kommt etwas später aus der Verletzung zurück. Hier hat die medizinische Abteilung wieder hervorragende Arbeit geleistet. Also er ist früher zurückgekommen, als die Prognose war. Es ist ja nicht genannt. Jetzt hätte er nächste Woche, die ganze Woche Zeit zu trainieren. Ja, wir sind von Dienstag, Abschlusstraining, Mittwoch, Spiel. Und dann ist Donnerstag, Freitag wieder nur Regeneration. Also er bekommt das, was er bräuchte, um in gute Form zu kommen. Das können wir ihm leider nicht bieten. Und deswegen ist es auch schwierig, ihn wieder ganz schnell in Bestform zu bekommen. Und wir werden es dann trotzdem über Minuten in Pflichtspielen hinbekommen müssen, weil es einfach keine andere Lösung gibt. Ingo Durstewitz. Herr Klaasner, Sie haben die vielen Spiele angesprochen. Das geht ja die ganze Zeit schon so. Aber wie macht man das denn, die Mannschaft immer fokussiert zu bekommen? Ich meine, es klappt manchmal nicht. Das haben wir ja auch schon gesehen in Bochum zum Beispiel. Aber gibt es da eine besondere Ansprache oder gezielt irgendwelche Motivationskniffs? Ja, der erste war, dass wir ihn gestern freigegeben haben. Also das ist auch wichtig, einfach mal abzuschalten, um dich dann wieder konzentrieren zu können. Das wissen wir alle. Wenn du einen ganz langen Arbeitstag hast, dann brauchst du auch mal am Abend Ruhe, damit du am nächsten Tag wieder mit voller Energie bist. Und das weiß ich jetzt auch. Wir versuchen ihnen immer wieder auch Möglichkeiten zu geben, um eben abzuschalten, um danach, und das warte ich dann heute wieder im Training, wir werden nachher trainieren, bevor wir nach Gladbach fahren, dass die Jungs dann voller Energie am Platz stehen und dann wieder in der Lage sind, alles abzurufen, was wir von ihnen verlangen mit der nötigen Qualität. Und das ist so eines, was wir uns gedacht haben, was ganz gut ist. Und ja, natürlich überlegen wir uns schon auch, was wir den Jungs dann und wann mal erzählen, auch bei den Besprechungen, in welche Richtung es geht. Aber auch hier habe ich jetzt die Redezeit meiner Besprechungen verkürzt, auch die Videos, die wir den Spielern vom Gegner zeigen, haben wir verkürzt, weil einfach, ich habe gesagt, irgendwann kann ich mich ja selber schon gar nicht mehr hören und dann erst recht die Spieler. Also von dem her denke ich, dass jetzt so eine Phase ist, wo einfach weniger, manchmal mehr ist, wirklich nur noch gezielt mit Informationen, aber die müssen halt dann sitzen und die müssen dann die Spieler dann auch in der Lage sein, umzusetzen. Und das gleiche am Trainingsplatz, weil jetzt ist auch alles, was wir jetzt noch nicht drinnen haben, das werden wir in den nächsten drei Wochen, noch in Nuancen können wir das verändern. Also es ist im physischen Bereich so, es ist im taktischen Bereich so und im technischen. Also wenn jetzt einer mit links nicht schießen kann, dann kann er es in drei Wochen auch nicht. Ja, aber dann haben wir zumindest mal ein paar Wochen, um wirklich gezielt uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Jetzt ist einfach, wie gesagt, immer zu schauen, wer ist in der besten Verfassung, was braucht es für den Gegner, was braucht es für uns, um Spiele zu gewinnen. Lukas Dombrovski von der Sportbild. Ja, da auch nochmal anschließend zum Thema Belastung. Es gibt ja auch noch einen Unterschied, ob man jetzt einfach nur fit ist und spielbereit, weil man nicht verletzt ist oder ob man zu 100 Prozent spritzig und frisch ist. Wo sehen Sie da denn den Kader oder den fitten Teil des Kaders auf der Skala so? Ich sehe physisch überhaupt keine Probleme. Null. Das Thema ist wirklich genau, wie vorher besprochen, die Jungs immer leistungsbereit vom Kopf her zu haben. Körperlich sind sie alle top, sind hochprofessionell. Gestern war ein freier Tag und ich komme dann in der Früh hier rein und freue mich dann auch. Dann ist der Athletiktrainer da, der Co-Trainer ist da, ein Analyst ist da, die Physios, drei Spieler, die sich da pflegen lassen, obwohl frei ist. Und das zeigt einfach, dass alle hochprofessionell sind. A und B, dass sie auch gerne hierher kommen. Und dann haben wir in der Früh mal einen gemütlichen Kaffee zusammen getrunken und dann hat jeder das gemacht. Und ja, dann ist halt, trotzdem können die Mittag halt wieder nach Hause fahren, mal ein etwas verkürzter Arbeitstag. Aber ich denke, das zeigt auch, dass alle nach wie vor hungrig und erfolgsbesessen sind, sowohl im Betreuerteam wie auch unter den Spielern. Und das ist ganz, ganz wichtig, diese Gier nach Siegen, diese Gier nach guten Leistungen hochzuhalten weil jetzt, ja, jetzt zählt es. Christopher Michel. Noch mal zum Personal. Ansgar Knauf sagte vor kurzem, dass er nochmal Hoffnung hat, vielleicht auch eingreifen zu können in dieser noch kurzen Hinrunde. Wie sieht denn da der Fahrplan generell aus? Wie realistisch ist es denn noch, dass er vielleicht in eine der letzten drei englischen Wochen eingreifen kann? Ja, ich habe auch Hoffnung. Ja, ich denke, wir tun alles dafür. Er auch. Er war auch einer, der gestern dann wieder sehr intensiv gearbeitet hat an seinem Comeback. Aber ich wäre jetzt nicht richtig von mir hier eine Prognose abzugeben. Aber ja, wir alle haben schon Hoffnung, dass er zumindest in der letzten Woche, wo wir dreimal Bundesliga noch spielen, dass er dann wieder zur Verfügung steht. Habt ihr noch Fragen? Der Bischmitt, ja. Er hat eine Schiene im Knie. Okay, kein schöner Schlusswort, aber... Gute Besserung an der Stelle auf jeden Fall an Hase und euch noch einen schönen Nachmittag. Wir sehen uns dann morgen in Mönchengladbach live auf Sky. Das ist noch der Vorständigkeit halber wichtige Info ab 18.30 Uhr. Und natürlich auch im Audiokommentar auf Eintracht.fm. Euch eine gute Anreise, Oliver. Euch morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, bis morgen Abend in Mönchengladbach. Mönchengladbach.